Hallo, ich bin der Alex von Salomon und ich werde euch heute Salomon Wanda vorstellen. Das Wanda ist ein Directional Twin-Board, das mit einer Rockout-Camber-Konstruktion daherkommt. Das heißt, es hat zwischen den Bindungen Camber und Außen-Reverse-Camber, was gleichzeitig Agilität und Stabilität garantiert. Das Board hat einen durch Basalt verstärkten Holzkern, der für mehr Härte an den Stellen, wo es notwendig ist, sorgt. Es kommt mit einer gesinterten Base, die sehr pflegeleicht ist und schnell und nicht oft gewachsen werden muss. Der Sidecut ist ein Equalizer Radial Sidecut, der für optimale Druckverteilung auf den Kanten sorgt. Das Board ist eine super Auswahl für Frauen, die sich im Powder und auf Groomers ermutigen.